Alles Französchen. Französchen. Aber auch, da sieht man sie aus dem Film. Ja genau. Dieser da. Das kenne ich doch, das ist Onkel Sam. Ja, Amerikaner. Das ist doch sehr berühmt, das Bild. Mhm. Want you for US Army? Ja. Das ist ein Russer da. Ein Russer? Das sieht man am Gesichtsausdruck. Mach doch nie so. Vor allem im Uniform sieht man das. Ah. Siehst du das Zugzeug da? Ja, an dem Stoff. Papa ist da mal mit dem B7 zu. B7 zu? Mhm. Gut, gehen wir. Aber das ist ja ein Sternmotor. Papa, ich habe nicht mehr viel. Ich speichere Platz. Da steht. Ich muss maximal nur so viel aufnehmen. Dann musst du ausladen, oder? Ja. Tschüss. 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 Tschüss.